Sie befinden sich in einer Heilanstalt. Ein wahrer Gottessfriede Walter in diesem Haus. Du bist doch in keinem Ehrenhaus. Du bist in einem Sanatorium. Ist die Möbius gekommen? Sie wartet im grünen Salon. Ich lasse beten. Erhauptet ihr immer noch, dass ihr König Salomon erscheint? Immer noch. Ich kenne Salomon von Angesicht zu Angesicht. Seine Psalmen sind schrecklich. Herr Möbius, ich glaube an dieses Wunder. Und strömt wieder er als der Königsteil im Haus. Haben Sie die Aussage der Oberschrift geholt? Jürgen. Jürgen. Wieder erdrossen, Doktor. Ändertig mit Rieselgräfen. Und dies von Ritter vorhandbar. Pssst! Sie glauben wirklich ich? Seit Newton. Sie glauben das ja. Josef Eisler. Der Erfinder des Eisler-Effekts. Der. Die Kreuzesonate. Der Erfinder des Eisler-Effekts. Der Brötchen! Mein Hund ... Mein Hund. Ihr allein sollt mein Geheimnis wissen. Weil es keine Rolle mehr spielt, wenn ihr es wisst. Sie sind verrückt! Hören Sie, Sie sind verrückt! Unsere Wissenschaft ist schrecklich geworden. Unsere Forschung gefährlich. Unsere Erkenntnis tödlich. Ich bin frei. Ich bin frei! Nur hier können wir noch denken. Da draußen sind unsere Gedanken Sprengstoff. Du bist frei. Freiheit! 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 Was ist die Freiheit des Denkens, wenn sie sie zur Freiheit des Handelns führt? Alles denkbar wird einmal gedacht. Ich liebe die Freiheit! Ich bitte zum nächsten Mal. Ich bitte zum nächsten Mal. T ал